Spoiler heavy, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, spoilers ahead, spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Welche Folge ist es denn diesmal, Markus? Die Folge 31 haben wir, nachdem wir letztens unser kleines Jubiläum hatten mit Folge Nummer 30. Das ist kein Jubiläum, weil sich durch 5 teilen lässt. Ja, aber es ist eine Runde, also ein 30. Geburtstag ist doch auch was Schönes. Das stimmt eigentlich. Also, deswegen auch bei 40, wenn ich hier wieder sitze und sage, Freddy, Freddy, hol die Luftballons. Und bei 35 und bei allem anderen, was ich durch wollte. Ja, Schnappsaal, 33, alles. Also feiern wir im Endeffekt alles. Ja, weil wir so eine tolle Sendung hier machen. Und heute auch mal wieder nur zu zweit leider. Uns gehen die Gäste aktuell noch aus, aber demnächst sicherlich wieder mit mehr verschiedenen Stimmen. Es sind ja nicht die Gäste, die das Problem sind. Wir haben keinen, der länger da bleibt. Das stimmt leider. Ja, Rico fällt diese Woche leider aus, weil er krank ist. Deswegen kann man ihm das ja gar nicht schlecht irgendwie anrechnen, dass er nicht hier ist. Aber gut, wir haben trotzdem ein super tolles Thema. Markus, worum geht es denn eigentlich heute? Heute geht es mal bei uns wieder um einen bekannten Regisseur. Also vom Namen sollte auf jeden Fall jedem was sagen. Und zwar sprechen wir später noch über Guy Ritchie. Bekannt für diverse Filme und als Ex-Mann von Madonna. Ja, also leider eigentlich, dass er auch darüber viel Bekanntheit gewonnen hat, weil, da kommen wir auch noch dazu, die Zeit mit Madonna seiner Künstlerkarriere nicht gerade gut getan hat. Also man merkt schon filmtechnisch, da hat er gedacht, so Schnulzen sind ja cool. Ja gut, er hat nur eine gedreht, aber trotzdem ist die Qualität extrem nach unten gegangen in der Zeit. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ein Film ist bei ihm ja auch schon wieder ausschlaggebend, weil so viele Filme hat der gute Mann ja auch noch gar nicht gemacht. Also es ist überschaubar. Es ist, an einer großen Hand wäre es abzählbar, wenn man acht, neun Finger hätte an einer Hand. Du hättest einfach sagen können, dass man es mit seinen Fingern abzählen kann. Mir ist das zu langweilig. Ich wollte nochmal betonen, wie wenige das sind. Okay, also was auch schwach ist, genauso wie Guy Ritchies kurze Filmkarriere, ist die diese, ja, die Kinowoche. Man merkt unsere Überleitung. Weil die kann man wirklich an einer Hand abzählen. Es sind insgesamt drei Kinostarts, die wir euch heute präsentieren und davon ist einer, wo man sagen kann, guck mal, von dem habe ich vielleicht schon mal gehört. Also ich kann alle wichtigen Kinostarts diese Woche an einem Finger abzählen. Ja. Das ist nämlich wirklich nur einer. Es ist einer und das ist der ausschlaggebende Film, über den wir auch nachher auf Guy Ritchie zu sprechen kommen. Aber fangen wir doch vielleicht mal an mit... Den schlechteren Filmen. Ja, ich überlege gerade, welcher ist denn jetzt hier davon der noch irrelevantere. Aber da würde ich vielleicht mal sagen, wir fangen mal an mit Überflieger, kleine Vögel, großes Geklapper. Richard the Stork im Original übrigens, ist ein Animationsfilm aus Belgien, Deutschland. Belgien, Deutschland, Luxemburg. Ja, so durch die Bank ein bisschen hier in Europa. Genau, also Deutschland hat wahrscheinlich Geld gegeben, da wurde es ein bisschen entwickelt, da kommt die Story her. Die deutschen Synchronstimmen muss man auch nicht aufzählen, weil die komplett mir nichts gesagt haben. Die englischen auch nicht. Ja. Die belgischen wahrscheinlich auch nicht viel besser. Also die, der Film sieht richtig, richtig kacke aus. Die Animation ist richtig schlecht, es ist technisch nicht gut. Und es gibt nur eine IMDb-Bewertung, wo ich mir sicher bin, dass es ein Produzent von dem Film ist. Ich fasse die Story mal ganz kurz zusammen. Und zwar, der Vogel Richard, wie er im Deutschen heißt, der wird leider nicht Richard genannt, wächst unter Storchen auf, wird auch großgezogen von denen, ähnlich wie kleiner Mogli. Denn, in Wirklichkeit ist er kein Storch, er ist ein kleiner Spatz. Das weiß er nicht, das will er nicht wahrhaben. Doch dann kommt der Tag, wo alle Storche gen Süden fliegen. Und dann kommt der große Papastorch zu Richard und sagt, du, wir können dich nicht mitnehmen, denn du bist ein Spatz. Dir wäre das zu anstrengend, diese große Reise auf dich zu nehmen. Und Richard sagt, was? Da habe ich nicht mit gerechnet. Es ist leider wirklich so. Und dann fliegen diese Storche einfach ohne den Richard los. Er bleibt zurück, lässt es aber nicht auf sich sitzen, dass er quasi nicht mehr zum Volk gehört. Und beschließt, auf eigene Faust oder auf eigene Flügel nach Afrika zu fliehen. Also es ist... Auf diesem Weg findet er noch zwei, drei Freunde, wie eine Eule und dergleichen. Und zusammen machen die sich auf das große Abenteuer, Richard zu seiner Familie nach Afrika zu bringen. Ist es so ähnlich wie Babe, ein Schweinchen in New York? Oder ein Schweinchen namens Babe, wo Babe denkt, das ist ein Hund? Es ist wie... Ich weiß es nicht, es ist kacke. Also ich habe den Trailer nicht mal komplett geguckt. Ich auch nicht. Weil, du hast ja schon gesagt, die Animationskunst ist wirklich rückständig einige Jahre wirklich. Richtig kacke. Der Humor ist, wie gesagt, für eine ganz andere Zielgruppe, was das Alter angeht. Deswegen. Es ist vielleicht ein schönes Kinderkino, aber jedes Kind guckt sich lieber einen Disney-Film an oder einen Pixar-Film. Also ich kann es so nicht empfehlen. Der Regisseur übrigens, Tobi Genkel. Willst du hören, was der sonst vorher schon so gemacht hat? Kenne ich doch bestimmt alle Filme, aber schieß mal los. Werner gekotzt wird später. Kinderfilm Nummer 1, ja. Dieter der Film. Dieter Bohl? Ja, gibt es doch so einen Animations-Film. Ja, ja. Ich habe letztens den Trailer und trotzdem mal wieder... Und das, gut, also das Einzige, was ich noch lustig finde, Thor, ein hammermäßiges Abenteuer, was einfach ein Abklatsch ist. Also, wo man dann gesagt hat, oh Moment, Thor durch die Avengers ist ganz groß. Wir können, es ist aber trotzdem halt Public Property, es ist ja ein... Thor kannst du ja nicht patentieren lassen, den Namen. Ist ja nordisch und haben sie einfach einen Animations-Film gemacht, der den Fond von Thor klaut. Also, wo auch jeder einfach sagt, oh, vielleicht kauft das irgendjemand aus Versehen. Das ist der einzige Grund, echt. Das legst du aus, packst da die Torschrift drauf und Leute denken, ah, ist ja günstig, für 5 Euro hier den Avengers-Film mitnehmen. Es ist schon sehr verwirrend. Über Flieger sollte man mit keinem anderen Film verwechseln, denn... Ich weiß nicht, der einzige Vogelfilm, die ich gerade kenne, an die Merz sind, sind Rio. Rio 1 und Rio 2. Da waren aber auch bekanntere Leute hinter. Da war das Produktionsstudio, glaube ich, von... Was weiß ich jetzt gerade nicht mehr? Blue, Blue Sky oder so, wie die immer heißen. Weiß nicht mehr, aber die sahen auf jeden Fall nicht so kacke aus. Also, den Film kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Kannst du den nächsten empfehlen? Nein. Die Rückkehr nach Montauk. Wenn sich jemand den Trailer dazu anguckt, Rückkehr nach Montauk ist auch schwedisch, französisch, deutsch, alles durch die Bank, europäisch produzierter Indie-Film halt. Ich verstehe nicht, wie man einen Film, der mit auch mit deutschen Darstellern umgesetzt wird und so weiter, so schlecht synchronisieren kann und dann auch einen Trailer rausbringen kann, der das so offensichtlich zeigt, wie schlecht dieser Film synchronisiert ist. Ist auch ein Trailer, der schon zum Einschlafen anregt. Ja, es ist ja... Wie gesagt, kurz gesagt, ist von Volker Schlöndorff. Der Mann ist auch mittlerweile, glaube ich, über 80. Ist bekannt für seine Literaturverfilmung. Hat damals ja große Zeit gehabt, der hat die Blechtrommel verfilmt. Erste deutsche Werk. Was einen Oscar bekommen? Ja, echt nicht? Doch, fast. Vor drei Jahren habe ich den im Interview gehabt. Und da habe ich schon gedacht, ich habe mir ein Buch geholt mit dem Autogramm und habe gedacht, ah, das ist ja bald mehr wert. Er wird in zwei Jahren 80. Okay, auf jeden Fall ein guter Mann, unterstützt Filmproduktion in Afrika und dergleichen privat, aber was seine Filme angeht, ab nach der Blechtrommel, wie gesagt, habe ich jetzt auch nicht mehr viel von ihm gesehen. Wie gesagt, ist ja sehr trockener Stoff, ist eine Literaturverfilmung. Das neueste Werk ist auch wieder vom Inhalt, es geht um den Schriftsteller Max Zorn, dargestellt von Stellan Skarsgård. Den sollte man kennen. Kennt man aus Thor, wo wir gerade beim Thema schon waren. Und der reist extra mit seiner Frau und seiner Publizistin nach New York, um sein neuestes Werk vorzustellen. Und in diesem Werk geht es quasi um eine alte Liebe, die er in seiner Jugend hatte und beschreibt, dass es quasi seine schönste Zeit im Leben war, seine größte Liebe etc. Und diese Frau, die er damals aber sich auseinandergelebt hat, verlassen hat, kommt auch aus New York. Und als er gerade in New York sein Buch vorstellt, trifft er zufälligerweise diese Frau, da sie auch seine Vorstellungen besucht. Und ja, die schwelgen in alten Erinnerungen, schwelgen in Liebe. Ja. Was will man dazu noch sagen? Ist halt sehr, sehr melancholisch lang, ruhig erzählt, wie man es von Volker Schlöndorf in den letzten Jahren gewohnt war. Ein Festivalfilm kann man sagen. Ich hätte halt trotzdem wirklich erwartet, dass man eine deutsche Version macht, die halbwegs guckbar ist. Also es ist wirklich im Trailer schon ablenkend schlecht. Es ist schlimm, weil, wie gesagt, Volker Schlöndorf ist ja auch ein deutscher Regisseur. Der sollte ja seiner eigenen Sprache eigentlich mächtig sein. Ja, es ist ja korrekt deutsch gesprochen, aber es ist halt absolut null Lippensynchronität da. Also irgendwie keine Lust gehabt, das irgendwie auf den deutschen Markt zu bringen. Vielleicht wollte man da auf den Erfolgszug von Schön und das Biest aufspringen. Das war auch schon ein schlechter Synchro. Das hat auch nicht geklappt, das machen wir genauso. Ja, es sind zwei Filme. Der eine, ich glaube, Rückkehr nach Montauk lief Berlinale dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche. ist halt durch und durch Festival-Film, den man sich anguckt, wenn man, ich weiß nicht, das Buch gelesen hat wahrscheinlich, Überflieger ist ein Film, wenn man kleine Kinder hat, die Tiere mögen und Vögel. Und es läuft. Und es singen nicht mehr im Kino oder sowas. Genau, ich weiß nicht. Man hat alle anderen Animationsfilme schon geguckt. Ja, und ansonsten geht man halt in Guardians of the Galaxy oder Fantastic Four. Ja, aber es startet doch auch ein Film jetzt diese Woche, über den müssen wir viel reden. Es startet ja noch, ein Blockbuster startet ja, gegen den anscheinend alle anderen sich nicht getraut haben anzutreten, weil das ein Film mit königlichem Hintergrund ist. Und zwar reden wir über King Arthur, Legend of the Sword. Der letzte Film, der letzte King Arthur Film übrigens, war ja im Jahr 2004. Und jetzt müssen wir mal auf die letzte Sendung zurückgreifen. Oh, der war böse. Weißt du, wer den gemacht hat? Ein schwarzer Regisseur? Ja, Antoine Foucault. Ach, guck mal. Aus unter anderem Training Day. Also haben wir wieder den Übergang zur letzten Sendung. Das liegt mir eine alte Sendung an. Das ist ein weißer Regisseur, der ihm jetzt den Job geklaut hat, weil jetzt King Arthur, Legend of the Sword von Guy Ritchie. Ja, mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle, bekannt aus, was sag ich denn, Guardians, Sons of Anarchy. Sollte ihm das Gesicht schon bekannt sein. Ja, diverse Filme. Der langhaarige Typ aus manchen Filmen. Was sehr interessant ist, er hat übrigens Jai Courtney und Henry Cavill ausgeschlagen für diese Rolle. Also als Serienstar in eine große Hollywood-Produktion reinzukommen und vor allem Henry Cavill und Jai Courtney rauszuschieben. Der Henry Cavill, der erst kürzlich auch mit Guy Ritchie zusammengearbeitet hatte. Da kommen wir auch noch gleich zu. Ist schon nicht verachtenswert. Ich meine, es ist schon, es ist ein Name, man kennt ihn, ist ein hübscher Typ, der auch so eine Rolle stemmen kann. Er hat die Muskeln mitgebracht, hat für den Film, glaube ich, auch nochmal gut Muskelmaske zugelegt. Ja, ja, noch nie so eine, er hat noch nie so viel gewogen wie jetzt. Also er hat massiv, vor allem, er hat irgendwie für die letzte Rolle von Sons of Anarchy extrem viel Gewicht verloren und hat deswegen eigentlich fast die Rolle nicht bekommen bei seinem Vorsprechen. Aber war dann, hat anscheinend vorgeschlagen, wenn er anders die Rolle nicht bekommt, würde er sich auch gerne mit Henry Cavill und Jai Courtney prügeln. Und dann hat Guy Ritchie wohl gesagt, du bist angestellt, keine Ahnung. Vielleicht aus Angst, man weiß es nicht. Die Geschichte ist, ich meine, du kennst aus Disney-Filmen, die kennst von überall her, die kennst aus Märchen. Und zwar geht es um den kleinen Arthur, der in der Gosse aufwächst. Und eigentlich hat er doch königliches Blut in sich und ist in Wirklichkeit der wahre Thronfolger. Das weiß er aber noch nicht, bis er eines Tages zu dem mysteriösen Schwert Excalibur kommt, was keiner rausziehen kann, nur der wahre Thronfolger. Und dann kommt der kleine Arthur dahin, zieht dran und hat es in der Hand. Die Geschichte jetzt von Guy Ritchie ist aber ein bisschen komplexer. Das ist jetzt quasi nicht das Ende, sondern es geht darum, dass der König ermordet werden soll. Sprich, der Vater von Arthur. Und zwar von dem bösen Tyrann Wartinger. Dargestellt von Jude Law, was auch der Bruder des Königs ist. Sprich, eine ganz schöne Familienintrige. Und der gute Arthur, der jetzt sein neues Schwert herausgezogen hat, verbindet sich mit den Rebellen der Stadt, um quasi diesen Anschlag zu vereiteln und auch als rechtmäßiger König hinterher Platz zu nehmen. Also Jude Law ja auch nicht das erste Mal mit Guy Ritchie zusammen auf der großen Leinwand. Nach Sherlock Holmes natürlich, wo er Professor Watson gespielt hat. Auch in dem Film ist Eric Banner, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob der schon mal zuvor mit Guy Ritchie zusammengearbeitet hat. Aber auch in einer wichtigen Rolle ist ein anderer Darsteller. David Beckham ist in dem Film. Welche Rolle hat der nochmal inne? Irgendein hässlicher Typ mit einer Narbe im Gesicht. Irgendein kleines, ist ein Rebell oder sowas wahrscheinlich. Das Lustige ist, jetzt würde man ja sagen, das ist doch bestimmt das Debüt von David Beckham im Kino für, ist das das, Markus? Hat er vielleicht mitgespielt in Kick It Like Beckham? Hat er nicht, lustigerweise. Damals ist es witzig gewesen, weil sie ihn dafür nicht bekommen haben. Da haben sie einen anderen Typen genommen, der so aussieht, David Beckham. Aber es ist tatsächlich nicht die erste Rolle, wo er nicht sich selbst spielt. Er hat schon fünf Acting Credits. Und das Lustige ist, weißt du, wo er das erste Mal mitgespielt hat? Ein anderer Guy-Ritchie-Film, Codename Uncle. Aber das ist ja noch nicht lange her. Richtig. Das war ja erst im Jahr, lass mich gucken, 2015. Ist relativ lustig, dass er, das ist jetzt auch, selbst für David Beckham schon das zweite Mal, dass er mit Guy Ritchie zusammenarbeitet. Der hat fünf Credits bekommen in den letzten drei Jahren dann quasi, oder zwei Jahre sogar. Er hat Serienauftritte, war nichts Großes. Aber ich finde es so lustig. Also Guy Ritchie hat schon eine Tendenz dazu, mit denselben Schauspielern öfter zusammenzuarbeiten. Aber hat er denn so eine richtige Musik-Guy-Ritchie? Er hatte mal eine. Das war Madonna. Das war eine Scheiße. Der wollte sagen, du hast ein Stedham. Jemand, der ständig dabei ist, nicht wirklich. Weil er eher auch so ein typischer Regisseur ist, der Leute entdeckt und die dann einfach, ja, auf zu besseren Ufern quasi sind. Ich meine, der Einstieg von ihm war ja auch relativ ähnlich wie bei vielen. Er ist Musikvideos und Werbefilme gedreht. Und dann durch seinen ersten Kurzfilm auch direkt seinen ersten Langfilm finanziert. Im Jahr 1988, aber äh 98. Aber bevor wir dahin kommen, haben wir noch was zu sagen zum The King Arthur? Äh, ja, der Film ist geplant als sechsteilige. Ich glaube nicht dran. Wird wahrscheinlich auch nichts. Also selbst dieser Film, da hat man drei Skripts vorher schon gehabt. Eine war übrigens mit Kit Harington, bekannt als Jon Snow aus Game of Thrones. Und dann war auch ein Skript irgendwie unterwegs, wo es mehr um Merlin gehen sollte, was auch dann umgeschmissen wurde. Stimmt, ja. Also man will da zwar sechs Filme draus machen, aber es hat jetzt schon ewig lang gedauert, um nur einen von diesen Filmen zu machen. Es ist halt wieder dieses Ding, man sieht, die Avengers haben ein großes Universum. Also sagt man, hey, wo kann ich denn noch ein Universum draus machen? Auf der einen Seite hast du hier Tom Cruise mit Mumie, wo sie jetzt auch ja dieses Monster-Universum machen wollen. Jurassic World. Ja, du hast Star Wars. Justice League. Versuchen sie an allen Stellen irgendwie und das ist halt hier jetzt nichts anderes. Ich weiß nicht, da finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man erstmal einen Film macht und guckt, wie der ankommt, bevor man sich dann wieder in 30-Jahres-Planung schmeißt und sagt, hoppla, der erste Film ist ja komplett gefloppt. Und deswegen finde ich die Idee eigentlich Guy Ritchie, der reinzuholen, gar nicht so schlecht, weil Guy Ritchie zwar mittlerweile auch zu einem Auftragsregisseur geworden ist, der jetzt auch nicht sagt, ich muss alles selber schreiben, sondern der kann das auch mal einfach nur was durchführen. Aber er hat halt trotzdem immer noch seinen sehr, sehr eigenen, netten Stil, der wohl auch in dem Film sehr gut rüberkommt. Also Guy Ritchie ist... Also Action kann er ja. Genau, Action kann er verdammt gut, kann er sehr interessant, immer seine Slow-Mo, hier Speed-Up-Shots, was er alles hat, seine Detail-Shots, er hat ja seine kleinen Sachen, die er mal einbaut. Und das funktioniert wohl in dem Film auch sehr gut. Gut, was man nicht vergessen darf, was in den Trailern auch nicht so ganz hart rüberkommt, es ist extrem viel Fantasy und es ist extrem viel Mystery in diesem Film. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass es jetzt wie King Arthur von Antoine Foucault einfach nur ein Action-Film ist, es ist schon auch sehr stark ein Fantasy-Film. Es gibt ja immer noch einen Zauberer, der Merlin heißt und der heißt ja nicht ohne Grund Zauberer. Es gibt auch riesige Schlangen und Elefanten und also es ist schon mehr Herr der Ringe als alles andere. Also mehr Herr der Ringe als King Arthur. Ja, also wenn ihr euch für ein Geschichts-LK vorbereitet, ist das vielleicht nicht der Film, den ihr da... Dann solltet ihr allgemein nicht so viel über King Arthur, glaube ich, recherchieren. Ja, das ist vielleicht noch der bessere Hinweis an dieser Stelle. Es könnte echt ein cooler Kinofilm werden, ob es jetzt, also vor allem auch mit den Effekten und der Epik, ob es jetzt einer ist, der nicht im Kino sehen werde, ich weiß es noch nicht. Die Antwort ist nein. Ich glaube nicht. Wenn dann der Sneak gelaufen wäre, hätte ich mich zum Beispiel gefreut. Ja. Ist er aber nicht, da liegt für eine deutsche Produktion wieder. Was ich sagen wollte, ich sehe Guy Ritchie allgemein so ein bisschen so ähnlich halt auch wie Danny Boyle zum Beispiel auch. Auch halt einfach ein englischer Regisseur, der am Anfang mit Leuten zusammengearbeitet hat, die einfach dann bessere Filme gemacht haben. So wie Ewan McGregor, James Franco, Dave Patel, würde ich jetzt auch noch da irgendwie nennen und Cillian Murphy, also jetzt bei Danny Boyle jetzt meine ich. Ähm, es ist genauso bei Guy Ritchie auch nicht anders, dass er Jason Statham, Vinnie Jones würde ich nicht sagen, dass er großer Durchstatter war, aber zum Beispiel auch hat er mit, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, Gerald Butler sehr früh schon zusammengearbeitet, bevor er seinen richtigen Durchstatter hat. Stimmt auch wieder. Und Tom Hardy auch. Also es sind viele Leute, mit denen er am Anfang zusammengearbeitet hat, die heute halt wirklich groß in Hollywood sind. Gerald Butler ist aber schon wieder ein bisschen runtergefallen vom Sternenhimmel, oder? Ja, ja. Also es ist ja auch, Gerald Butler ist zum Beispiel, ah ja, also tiefgefallen, ist auf jeden Fall keiner, der mich ins Kino zieht. Also Gerald Butler ist halt immer, also Gerald Butler ist jemand, der wirklich einfach arbeitet. Ich glaube, der hat null Passion hinter dem, was er tut. Der wird einfach bezahlt dafür. Das ist auch voll in Ordnung, aber deswegen ist er halt kein besonders guter Schauspieler. Kommen wir nachher noch zu, zu seinem spannenden Film, den er mit Guy Ritchie hatte, den, glaube ich, von uns keiner so wirklich aktiv geguckt hat. Ich habe ihn nicht gesehen, ne. Ähm, ja, äh, dann kommen wir jetzt mal zu Guy Ritchie. Ähm, Guy Ritchie ist einer von den Regisseuren, wie ich schon gesagt habe, der einen sehr, sehr eigenen Stil hat, der auch sehr, sehr stark in Filmen rüberkommt. Und wenn wir jetzt nochmal den Vergleich zu Danny Boyle machen, Danny Boyle hat auch einen sehr eigenen Stil, aber er versucht sich immer wieder selbst neu zu erfinden. Er versucht immer was Neues zu machen, von Horror zu Sci-Fi zu 127 Hours, wo er sein kleines, ja, kannst du fast ein Kammerspiel nennen, was er da gemacht hat. Ist, ähm, Guy Ritchie jemand, der zwar öfter Sachen versucht, aber die Sachen, die er gut macht, sind halt einfach, ist dieses chaotische, dieses ganz viel Parallelgeschichten erzählen, die am Ende irgendwie zusammenkommen und niemand weiß genau warum. Meistens mit irgendwelchen Gangsterbossen noch vereint oder sowas von der Story her und Schulden und, weiß nicht, Schlägerei, Gewalt, das ist immer ein bisschen mit drin. Genau. Das ist halt, weiß ich nicht, wie man es Markenzeichen nennen kann, auf jeden Fall actionlastig. Also wie Trainsporting, nur chaotischer. Ja, so kann man es nennen. Also man hat jetzt noch nicht von ihm so einen Dialogfilm gesehen, wo es nur ruhig zugeht. Und ich glaube, das kann er auch nicht. Das ist nicht sein Ding. Muss er ja auch nicht können, ne? Eben, es ist halt sein Stil und wenn man seinen Stil mag, dann kann man eigentlich auch fast alle Filme von ihm gucken, weil die sind halt sehr ähnlich. Man merkt halt wieder auch, dass er, wie gesagt, aus dieser Musikvideobranche kommt, schnelle Schnitte, wie gesagt, diese Speed-Up-Effekte, die du hattest und was, die waren ja bei Sherlock auch wirklich schön anzusehen, waren auch schön eingebracht. Aber inhaltlich ist er jetzt nicht, dass er sagt, wir müssen das Rad neu erfinden. Ja, da kommen wir gleich noch zu, wo es um den Inhalt geht. Er wird auf jeden Fall, wegen dieser chaotischen Erzählstruktur, wurde er, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, also ich habe es zumindest von ein paar Leuten gehört, die halt ihn sehr stark mit Quentin Tarantino vergleichen. Wobei ich immer noch sagen muss, es ist eigentlich nur wegen Pulp Fiction, weil so viele Filme, wo einfach chaotisch die Geschichten zusammenkommen, hat Quentin Tarantino jetzt auch nicht. Ich wollte gerade sagen. Aber das wurde ihm mal auf jeden Fall, wurde ihm auch vorgeworfen, dass er sich zu sehr an Tarantino da dran hält. Finde ich eigentlich nicht. Ich muss auch sagen, Guy Ritchie ist jetzt kein Tarantino unbedingt. Nee. Es geht auch eher darum, dass es klappt. Ach so, ja, okay. Aber auch inhaltlich und vom Leistungsniveau ist er jetzt kein Tarantino. Also was Tarantino und er auf jeden Fall gemeinsam, also Tarantino hat übrigens auch nicht viel mehr Filme gemacht. Ja, aber Tarantinos Filme sind mir deutlich aktiver und besser in Erinnerung geblieben als Guy Ritchie Filme. Also ich könnte dir mehr Tarantino-Filme nennen, die ich mag, als von Guy Ritchie. Aber das ist ja jedem selbst verlassen. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Was die beiden natürlich gemeinsam haben, ist eine Affinität fürs Fluchen. Ja. Da kommen wir auch noch dazu. Also gut, Quentin Tarantino schmeißt eher mit dem N-Wort um sich, weil er der Meinung ist, ich bin, ich hatte Schwarze um mich rum, als ich aufgewachsen bin. Also darf ich das. Ich darf das sagen. Ob er das darf, sei mal dahingestellt. Das macht Guy Ritchie nicht. Guy Ritchie benutzt einfach nur unglaublich gern das Wort Fuck. Ja. Und ich habe auch wieder... Unsere Radiosendung gesagt werden darf. Ich habe halt auch ein Interview gesehen, wo er dann gesagt hat, bitte stellen Sie sich vor, dass vor quasi jedem Adjektiv in diesem Interview das Wort Fuck war, dass er einfach rausgenommen hat. Aber Guy Ritchie tendiert dazu, das Wort Fuck sehr oft und sehr gerne zu sagen. Und da kommen wir auch schon zu seinem ersten Film, in dem 125 Mal das Wort Fuck gesagt wird. Das ist zu Deutsch Bube, Dame, König, Gras. Auf Englisch? Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Komplizierte Titel. Ich habe es nie verstanden, warum der Film so heißt. Warum man Lock, Stock and... Nein, Bube, Dame, König, Gras. Ja gut, das ist das Bescheuerte. Der eine Titel, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, spielt natürlich darauf an, dass es unter anderem in dem Film um... Ja, um alte Schusswaffen geht, die sie außersehen klauen. Ja. Die ja dann plötzlich ganz viel Geldwehr sind. Während Bube, Dame, König, Gras sich darauf bezieht, dass der Hauptcharakter ein Problem damit hat, dass er halt beim Glücksspiel verliert. Also es ist ja diese Grundgeschichte, dieses Kartenspiel. Genau. Warum die Schulden basieren mit dem Gangster, Drogenboss etc. Hast du denn die Geschichte ungefähr einmal? Ich habe mir die Geschichte nur ganz grob notiert, weil ich den Film ja leider noch nicht geguckt habe. Ich bin erst mit Snatch eingestiegen. Ich habe noch DVD. Aber weil ich es mir notiert habe, geht es halt um ein Kartenspiel, wie gerade schon angesprochen, mit der Glücksspielsucht. Und bei diesem Kartenspiel gibt es vier Kumpel, die da verdammt im Schuldenberg sich mitbeladen und dann bei einem Drogenboss quasi diese Schulden abzahlen müssen. Also im Endeffekt will einer bei diesem Kartenspiel mitspielen und seine Kumpel geben ihm halt Geld dafür. Er muss halt sich halt für 100.000 einkaufen und kommt dann plötzlich raus mit 500.000 Schulden. Wie man das genau schafft, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall nicht gut im Kartenspielen. Vielleicht hat er das falsche Kartenspiel gespielt. Und dann versuchen eben die Jungs irgendwie an das Geld zu kommen und parallel dazu passieren dann auch ganz viele tolle andere lustige Geschichten in der, ja, in der bösen Unterwelt. In London und alle Kleinverbrecher kommen dann am Ende irgendwie zusammen. Und es sind viele kleine lustige Geschichten, die da irgendwie zusammenkommen. Und natürlich das Wichtigste ist, es ist das Filmdebüt von nicht nur Jason Statham. Auch nicht nur? Sondern auch Vinnie Jones. Ach guck, ich habe nur Jason Statham hier aufgeschrieben. Vinnie Jones lustigerweise hat sein Debüt genau gebracht, kurz nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist. Er hat nämlich kurz davor noch eine Haftstrafe abgesessen, bevor er angefangen hat. Passend zum Film. Also Vinnie Jones, bekannt als dieser, ja, britische Hühne und Hooligan. Bekannt aus Eurotrip, X-Men 3. Nicht aus Hauptrollen, mehr aus Nebenrollen immer wieder. Wobei er trotzdem ein verdammt geiler Schauspieler ist und der auch mehrere Rekorde übrigens hält in der britischen Premier League für die meisten roten und gelben Karten, weil er ein verdammt brutaler Spieler war. Eieiei. Aber er ist ein sehr lustiger Typ. Bube Dame König Graus übrigens 1998 erschienen und ich glaube ein paar Jahre zuvor hat der Guy Ritchie halt einen Kurzfilm produziert und der den doch als finanzielle Basis für seinen ersten Langzeitfilm, den er rausgebracht hat. Ja. Ja. Genau, also sein erster kleiner Kurzfilm, ich bin beim Falschen, ich bin bei Danny Boyle. Sein erster kleiner Kurzfilm war, wo habe ich es denn, The Hard Case. Genau. Der ja auch seine Darsteller aus Lockstock in Two Smoking Barrels hat und man muss dazu sagen, Guy Ritchie ist kein Kind aus schlechten Verhältnissen. Er kommt schon aus einer ziemlichen poschen Neighborhood auch, also seine Eltern haben jetzt auch nicht wenig Geld. Er hat zwar trotzdem den Film gemacht, um sich das zu finanzieren, aber es ist nicht so einer, der sich da irgendwie seine Pennys zusammenkratzen musste, um irgendwie zu überleben. Ist aber ein Schulabbrecher, also mit 15 Jahren ist er auf einer Schule geflogen. Das ist richtig. Er war auch so ein kleiner, rebellischer Junge, deswegen hat er auch übrigens so eine lange Narbe auf der Wange, weil er da mit einem Teppichmesser angegriffen wurde. Ich habe das auch erst, ich habe so ein bisschen Making-of und so weiter geguckt und ich dachte am Anfang, weil die Narbe ist wirklich tief und wirklich lang, dachte ich auch, dass der echt so einen Chelsea-Smile bekommen hat. Also das, was der Joker in Dark Knight hat, weil es wirklich so aussieht. Oder von Hooligans bekannt aus dem Film. Weil es halt sehr, sehr nah am Mund schon anfängt, dachte ich, keine Ahnung, wenn der Scheiße gebraucht hat, dass er wirklich einmal so einen Cut durch sein Gesicht bekommen hat. Zusammenfassung, auch reiche Kinder haben kein leichtes Leben. Ja, also er hat auf jeden Fall ein sehr rebellisches, dummes Kinderleben geführt, wo er immer wieder versucht hat, irgendwie Stress zu machen. Und also er war nicht so wirklich, er war so ein bisschen, ja, ein rebellisches Kind, sage ich einfach mal. Und deswegen hat er ja auch sehr viele Filme dann über die, ja, kleinkriminellen Szene in England gedreht. Genau, 2000 folgte ja Snatch, der relativ ähnlich ist von der Machart zu Bube, Dame, König, Gras. Da gibt es auch wieder mehrere verschiedene Handlungsstränge. Aber vom Cast deutlich, deutlich bergauf gegangen im Vergleich zum ersten Film, oder? Ja, auf jeden Fall. Du hast ja wieder Jason Stetter mit dabei, außerdem hast du jetzt noch Benicio del Toro und ganz große Annahme durch Brad Pitt als One-Punch-Mickey, den man einfach nicht versteht in dem Film. Was ja auch Absicht ist, und zwar, weil Brad Pitt ursprünglich auch einen anderen Charakter spielen sollte. Brad Pitt war übrigens überhaupt nicht eingeplant in diesem Film. Der hat einfach gesagt, hey, ich habe Bube, Dame, König, Gras gesehen, ich will mit dir zusammenarbeiten, Guy Ritchie. Und er hat gesagt, okay, wir brauchen schon eine Rolle für Brad Pitt. Dann haben sie ihm eine geschrieben und dann war sein London-Akzent, also sein britischer Akzent einfach nicht überzeugend genug. Also haben sie gesagt, okay, wir schreiben eine andere Rolle für ihn und dann ist er eben dieser Pikey geworden. So eine Gypsy-Rolle. Genau. Ich habe den Film nur als im O-Ton geguckt, ich habe kein Wort für ihn verstanden. Und das ist ja wirklich Absicht. Und es war wohl eine Reaktion übrigens darauf, dass sich viele Leute bei Lock, Stock & Two, Smoking Barrels schon beschwert haben, dass die harten Akzente nicht verständlich sind. Und er hat gesagt, und seine Reaktion war, er wollte einfach mal einen Charakter haben, der so komisch spricht, dass nicht mal die Charaktere in seinem eigenen Film verstehen, wie er spricht. Das war deutlich, sehr unterhaltsam fand ich das. Das macht er auch sehr, sehr gut. Also Brad Pitt spielt richtig, richtig witzige Rolle. Also dafür, dass er ja selber ja kein Brit ist. Hast du denn die Story gerade parat von dem Film? Also bei Snatch geht es im Endeffekt um einen teuren Diamanten, der geklaut werden soll. Und auf der anderen Seite ist es halt genauso wie auch in Lock, Stock & Two, Smoking Barrels einfach so, dass ganz viele andere Leute in diesem Film unterwegs sind und andere Sachen versuchen. Ja. Und kommen dann irgendwie aus Versehen irgendwie alle zusammen. Also zum Beispiel entführt Vinnie Jones irgendwann, entführt einen von den Köpfen hinter dieser Organisation. Vor ihm fährt aber Jason Statham mit seinem kleinen Handlanger und der wirft Milch aus dem Fenster. Die Milch fliegt bei Vinnie Jones ins Auto. Der baut deswegen einen Unfall. Nach dem Unfall steigt die Geisel von denen aus dem Auto aus, geht auf die Straße und dann fährt die dritte Gruppe, die auch noch mit involviert ist, eine Gruppe von drei schwarzen Bankräubern, überfährt dann diese Geisel. Und das ist halt eigentlich nicht absichtlich, dass sie alle auf dieser Straße fahren, aber diese Stränge kommen halt alle in diesem Moment zusammen. Das ist halt sehr chaotisch, sehr, sehr witzig. Er ist aber meiner Meinung nach noch unübersichtlicher und noch chaotischer als Bube, Dame, König, Gras. Es ist noch schwerer, der Geschichte zu folgen. Aber relativ kopiert hat sich da Guy Ritchie selber schon innerhalb seiner ersten zwei Filme. Es ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Du kommst ja auch nicht. Also die Story ist schon sehr, sehr ähnlich. Das ist richtig. Was willst du denn nachgucken, Markus? Ist egal. Ich bin schon bei Sherlock Holmes angekommen, aber mental. Also was noch wichtig ist übrigens, es sollte eigentlich auch Sean Connery mitspielen. Als? Ich habe den Namen von dem Schauspieler vergessen. Ist auch ein recht unbekannter, also als einer von den älteren Herren natürlich. Ich meine... Frankie Fourfinger. Ich glaube, Alan Ford sollte er setzen als Bricktop. Okay. Auf jeden Fall hat Sean Connery das Ganze durchgelesen, hat gesagt, ah, ist ein sehr interessanter Film. Guy Ritchie, du kannst dich mir nicht leisten. Also er hat wirklich gesagt, er würde wohl mitspielen, aber Guy Ritchie hat nicht das Geld für ihn. Sean Connery ist ein Arschloch. Sean Connery ist ein Arschloch. Er hat gesagt, er wusste nicht, dass er die Waffen mitbringen soll, hat sie dann vergessen. Diese Szene war so nicht geplant. Der Prop Guy hat wirklich die Waffen vergessen, zum Set zu bringen. Also haben sie einfach gesagt, ja, es passt eigentlich zum Charakter, dass er die Waffen vergessen hat. Also bauen sie das einfach ein. Also Guy Ritchie ist ein sehr flexibler Mensch, wenn es um sowas geht. Auch auf so einem Filmniveau passiert der eine kleine Fehler und der Prop Guy wurde vielleicht nie wieder gebucht. Das weiß ich nicht, aber es ist schon, es ist sehr, sehr, also ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich habe die Making-ofs halt auch geguckt, jetzt ein bisschen von Snatch und Lockstock. Es ist verdammt lustig, weil halt wirklich Guy Ritchie auch ein sehr, sehr lockerer Typ hinter den Kulissen ist. Also dem ist das auch ab und zu mal egal, wenn da irgendwas komisches lustig ist. Übrigens, mir fällt gerade auch so, Guy Ritchie bringt so alle zwei, drei Jahre einen Film raus. Für die Übersicht mal, wir haben 98, 2000, 2002, 5, 8 und dann die Sherlock Holmes-Filme und dann 15 wieder ein. Willst du denn auf den nächsten tollen Film eingehen? Ja, ich denke mal, da sieht man auf jeden Fall, dass auch Guy Ritchie andere Sachen probiert. Und zwar war das anscheinend in einer Zeit, in der er mit dieser Sängerin Madonna etwas intimer wurde. Er versucht was Neues, er versucht sich an Madonna. Ja, und hat auch direkt mal mit ihrem Film gemacht, im Jahr 2002, mit dem reißerischen Titel, nach Action klingt, stürmische Liebe. Swept away. Was lustigerweise ein Remake ist, von einem alten Film, da habe ich mich, ich habe mich voll wirklich jetzt auf diesen Film vorbereitet. Und zwar, dieser Film ist ein Remake von einem italienischen Film, wo es darum geht, dass eine hochnäsige alte, äh, nicht hochnäsige alte, eine hochnäsige, reiche Frau auf ihrer Yacht unterwegs ist und halt, äh, sich scheiße gegenüber ihren Angestellten, unter anderem einer von den, äh, Köchen Butler, keine Ahnung, verhält. Genau, das passiert ja auch in dem Film. Und, äh, dann gibt es aber einen Schiffbruch und, äh, sie landet im Endeffekt mit diesem Angestellten, den sie die ganze Zeit scheiße, äh, behandelt hat, auf einer verlassenen Insel. Und, äh, der ist aber gar nicht so nett, denn jetzt merkt er langsam, äh, dass er jetzt eigentlich hat sie keine Chance zu überleben ohne ihn. Also wird er zum Arschloch, ähm, schlägt sie öfter und, äh, versucht sie auch zu vergewaltigen, wie man es halt auf einer, äh, auf einer Insel so machen würde. Es ist ein sehr seltsam italienischer Film und, äh, warum auch immer hat Guy Ritchie und Madonna haben gesagt, hey, dieser Film klingt genau nach uns. Also hat sich Madonna einfach mal, äh, in diese Rolle eingesetzt und wird halt auch auf einer Insel verprügelt und vergewaltigt, fast. Lustigerweise, der Schauspieler, der das macht, ist der Sohn aus dem, äh, von dem Schauspieler, der es im Original gemacht hat. Ach, guck mal hier, Fred, gut informiert über den Film. Also es ist, äh, und es gibt die Gerüchte, es ist nicht bestätigt, dass, äh, die Regisseurin des Originalfilms ein Screening bekommen hat und schreiend aus dem Gegner genommen ist und gesagt hat, was haben sie mit meinem Film gemacht? Ja, aber das ist nicht bestätigt. Es liegt nicht an diesem Film, Madonna ist einfach keine gute Schauspielerin. Madonna hat sich oft als Regisseurin, als Schauspielerin probiert und, ja, vielleicht sollte sie auch langsam mal aufhören, im Rampenlicht zu stehen, auch als Musikerin. Wie gesagt, im Film, auch im Remake geht es um New Yorker, New Yorker Gesellschaft, die von Italien nach Griechenland reisen will. Und ja, und dann passiert halt all das, was Freddy gerade aufgezählt hat. Die zwei Menschen stranden auf einer Insel und zwischen Gewalt und Sex passiert dort alles. Kurz davor hat Guy Ritchie übrigens auch What It Feels Like for a Girl mit Madonna gedreht, also er hat auch ein Musikvideo für sie gemacht. Kurz zusammengefasst, der Film ist finanziell unglaublich gefloppt, der hat keine Einnahmen gehabt, der hat keine guten Kritiken bekommen und, ja, ähnlich wie die Liebe zwischen Madonna und Guy Ritchie ist auch dieser Film irgendwann untergegangen. Die sind nicht direkt, also die waren acht Jahre fast zusammen. Die haben auch ein Kind zusammen, die haben auch zwei, glaube ich sogar. Ein Kind hatten sie adoptiert, weiß ich noch. Aber da fehlt jetzt unsere Klatsch-Tante Elena, die dann bestimmt alle Infos hätte. Oder Klatsch-Tante Rico. Ja, also er wurde auf jeden Fall, wurde Guy Ritchie sehr zerrissen für diesen Film. Also es ist halt kein guter Film, es ist ein ordentlicher Abstieg nach zwei Filmen, die wirklich sehr, sehr erfolgreich waren. Und sein nächster Film wurde dann auch schon wieder so gesehen als Versuch, wieder an altes, besseres anzugreifen. Genau, und zwar 2005 erschien Revolver und da hat er sich auf einen Regisseur verlassen, mit dem er bereits ja vorher zweimal zusammengearbeitet hat. Schauspieler. Entschuldigung, ja, Schauspieler und zwar der gute Jason Statham hat ihn etwas aber verkleidet, damit man ihn nicht direkt erkennt. Und zwar hat Jason Statham in diesem Film, ich glaube, die einzige Rolle, der jemals mit langen Haaren gespielt hat. Ich meine, es sieht schon sehr lustig aus. Ist das die einzige Rolle? Ich wüsste sonst keine Jason Statham-Filme, wo er auch nur ansatzweise so ein wellendes, langes Schulter, langes Haar hat. Jetzt würde ich das gerne recherchieren, aber das dauert mir zu lange. Unter anderem im Film übrigens auch Ray Liotta. Ich habe den Film nicht gesehen. Ja, in Deutschland war es auch gar nicht so leicht, ihn zu sehen, denn er erschien hier auch als Direct-to-DVD-Film. Sprich, nicht mal einen Kinorelease für Deutschland bekommen, sondern straight in den VHS-Player oder DVD-Player. Ich glaube, 2005 war auch schon DVD-Zeit. Der Film wurde damals sehr zerrissen, weil er nicht so wirklich in die Guy Ritchie-Schiene passt. Und ich sage Guy Ritchie-Schiene nach zwei Filmen, die er gemacht hat, plus den Scheiß von Madonna. Weil er da versucht hat, sehr, sehr seriös und sehr, sehr philosophisch zu werden, weil er hat ja seine Tendenz übrigens auch, er hat sehr, sehr viel Erzähler in seinen Filmen. Also Boobitame König Gras wird ja durch den Erzähler immer wieder weitergeleitet. Snatch zum Beispiel auch, Jason Statham ist da der Erzähler. Und in Revolver ist es auch Jason Statham. Das Problem ist, es geht dieses Mal wirklich darum, dass das eigene Ego einem im Weg steht. Und um irgendwie bei irgendwas zu gewinnen, muss man eigentlich immer nur sich selber besiegen. Und es passt halt nicht so richtig zu Guy Ritchie, so einen Film zu machen. Der Film hat aber mittlerweile ein sehr, sehr krasses Cult-Following. Also wo Leute sagen, das ist der beste Film, den er je gemacht hat. Und der ist so tief und der ist so intelligent. Und er hat trotzdem nur einen Metascore von 25. Das ist nicht gut. Die Geschichte ist ja auch wieder, wenn man die so kurz zusammenfasst, also ist es ja auch ähnlich. Es geht um Jason Statham, der sieben Jahre im Gefängnis saß, wieder rauskommt, hat in Casinos überall Spielverbot und lässt sich dann auf einen Gangster-Boss ein, wo er quasi mit dem im Casino den ausnehmen will. Ich meine, das klingt jetzt von der Story jetzt nicht wie, ich erfinde das Rad hier gerade neu. Natürlich auch nicht. Also die Grundbasis der Geschichte ist schon sehr, sehr ähnlich. Aber du merkst halt, also Luc Besson, übrigens auch in dem Film mitgeschrieben. Luc Besson, bekannt für jetzt aktuell Valerian, Planet der Tausend, nee, Stadt der Tausend Planeten. Sag doch einfach einen Film, den er gemacht hat, den man kennt. From Paris with Love. Das fünfte Element, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich wollte nur einen aktuelleren nennen. Ja, aber einen guten Film, den Leute kennen. Nicht irgendeinen Kack. Die Transporter-Reihe, ne? Hat er das? Aber hat er nicht dieses komische Remake davon gemacht? Oh ne, der hat die richtigen gemacht. Ich meine... Touché. Ja gut, achso, ich war mir das gar nicht sicher. Ich war auch mit Jason Statham, oder? Ja, ja, natürlich. Jason Statham wird hier rumgereicht, von Guy Ritchie zu Luc Besson und wieder zurück. Er hat übrigens auch Leon, der Profi, gemacht. Also, Luc Besson hat auch gute Filme gemacht. Ja, Luc Besson hat früher gute Filme gemacht und arbeitet jetzt eher an stumpfer Action. Lucy zum Beispiel. Ja, oder jetzt auch, wie gesagt, Valeria, der neueste Film mit ihm, mit Cara... Delewine. Die du nicht bist. Ja, das ist ein Model. Sollte nicht... Nicht jedes Model sollte Schauspielerin werden. Aber zurück zu Guy Ritchie und Jason Statham. Wie gesagt, der Film, ich hab ihn nicht gesehen, ich kann nicht viel dazu sagen, ich hab nur sehr, sehr Unterschiedliches gehört. Also, der wird auf der einen Seite zerrissen und auf der anderen Seite sagen, das ist der beste Film, der je gemacht wurde. Ähm, und lustigerweise hat er jetzt auch damit, also, ich, das ist das Witzige, also, natürlich ist halt jedes Poster, äh, packst du nur die positiven Sachen drauf, aber auch mit einem Metascore von 25, hat irgendeiner wohl geschrieben. Es ist ein Return to Form für, äh, Guy Ritchie, nachdem er, äh, Swept Away gemacht hat. Ich wollt grad sagen, stimmische Liebe, wer hätte sich verschlechtert, wäre die Karriere wahrscheinlich auch vorbei gewesen schon. Das denk ich auch, dann hätte er wohl nur noch, äh, sich auf Madonnas Geld aufruhen, ausruhen können. Aber großen Blockbuster, auch der nächste Film, aber kein großer Blockbuster eigentlich, oder? Den hab ich nicht gesehen. Ich hab ihn vor vielen, vielen Jahren gesehen, hab aber, glaub ich, nur drei Viertel des Films geguckt und hab bis heute nie geguckt, wie er zu Ende gegangen ist, weil der für mich so, überhaupt nicht interessiert hat. Und es geht von der Thematik auch wieder in die gleiche Richtung. Und zwar erschien 2008 Rock'n'Roller mit dem damals noch nicht so Action-bekannten Schauspieler Gerard Butler. Und natürlich auch Tom Hardy ist mit in dem Film drin. Stimmt. Genauso wie Idris Elba, Jeremy Piven, Ludacris. Also sind schon viele Schauspieler drin, die es dann auch durchgegangen sind. Und es geht, wie üblich, Gerard Butler spielt die Rolle One Two, schon mal ein cooler Name. Und der ist mit einer Bande von Kleinkriminellen zusammen und geraten wieder an mächtige Gangsterbosse und etc. Und es geht wie immer ums Geld. Und diese Bande wird angeheuert quasi um, für den Gangsterboss da, ich glaub, es geht um ein Stück Land. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, dass das... Das ist ein Immobilien-Ding, ja. Ja. Ich hab den Film, wie gesagt, aktiv, nicht so aktiv geguckt. Hab ihn nebenbei laufen gehabt, aber mich hat's auch nicht interessiert. Ich wusste damals noch gar nicht, aktiv, so... Oh, wie sag ich jetzt aktiv... Wer Guy Ritchie ist. Aber von der Machart hat der Film mich überhaupt nicht interessiert. Ich hab ihn dann damals angefangen, weil er ein spannendes Cover hatte. Man kennt das, ja. Ja, gut, wie gesagt, ich bin kein großer Gerald-Butler-Fan, deswegen hab ich den Film damals auch nicht gesehen. Geht aber halt wieder in die richtige Richtung. Und es wird aber wenigstens gehandelt als eine würdige Fortsetzung für seine ersten beiden Filme. Also da hat man dann gesagt, hey, er ist wieder da, er macht wieder anständige Filme. Und zu dem Zeitpunkt war er dann, glaub ich, sogar auch... Ja gut, er ist 2008 rausgekommen. Dann war er zumindest, als der Film gedreht wurde, noch miteinander zusammen. Genau. Weil 2008 haben sie sich getrennt. Nach diesem Film hat's ja auch gar nicht so lange gedauert, bis der Mann an seinen Blockbuster gekommen ist. Und ein Jahr später erschien bereits sein, ich würd fast sagen, bekanntestes Werk im Blockbuster-Bereich mit. Mh, ja, sein einziges. Ja, der zwei. Ich fass die mehr gut, wir können es auch zusammenfassen. Und zwar hat er sich ja dann an den Meisterdetektiv Sherlock Holmes gewagt. 2009 und 2011 hat er jeweils einen Film rausgebracht. Der dritte ist aktuell immer noch angekündigt. Aber da hat man noch keine konkreten Pläne. Also ohne Plan, ohne Zeitraum. Weil du hast ja, Robert Downey Jr. hat ja viele andere Sachen mit zu tun. Robert Downey Jr. kriegt mittlerweile sehr viel Geld. Und ob er das nochmal machen will. Es ist eine sympathische Rolle. Auch mit dabei, wie gerade schon mal angesprochen, Jude Law. Und wie ein Rock'n'Roller schon. Als Dr. Watson. Rock'n'Roller schon. Mark Strong ist übrigens auch dabei. Als Bösewicht. Korrekt. Im ersten und zwei. Im ersten ist er Blackwood. Genau. Und im zweiten Teil ist es Moriarty. Genau. Moriarty deutlich bekannter als Bösewicht. Aber wer es vergleicht mit der Serie mit Benedict Cumberbatch, die deutlich analytischer und detektivreicher ist, sind die Sherlock Holmes Filme von Guy Ritchie wie von ihm gewohnt deutlich actionbasierter. Man hat natürlich auch die Fälle, die gelöst werden müssen. Aber diese Kriminalarbeit, die Sherlock Holmes arbeitet, wird da genau durch diese Fast-Forward mit Slow-Mo-Effekten gemischt dargestellt, dass quasi Sherlock betritt einen Raum, analysiert alles. Du hast die ganzen CGI-Sachen, die durch die Luft fliegen. Und dem Zuschauer wird gezeigt, ah, das und das hat er gemacht. Dann kämpft Robert Downey Jr. noch verdammt gut nebenher. Ja, und es ist sehr, sehr stark noch auf Humor ausgelegt nebenher. Ja, gut, Robert Downey Jr. spielt mal wieder. Robert Downey Jr. spielt sich sehr stark selber. Ich habe beide Filme gesehen. Ich kann mich an beide wirklich echt nicht gut erinnern, weil die für mich wirklich so einfach rein und raus gegangen sind, ohne irgendwas zu hinterlassen an interessanten, keine Ahnung. Ja, die Stilelemente sind schon ganz schön. Es ist halt dieses Guy Ritchie, Slow-Mo, Zoom-Shots, lustige durch die Gegend fahren mit der Kamera. Ist da und es passt auch relativ gut. Und ich habe die Sherlock-Serie nicht gesehen. Aber das Ding ist halt, es wird ja so angesetzt, dass es einfach darum geht, dass Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes einfach alles sieht zu jeder Zeit und alles bemerkt. Und das ist ein Segen und ein Fluch für ihn. Weil im Endeffekt kann er dadurch eben immer alles lösen, weil er eben nichts vergessen kann. Ja, wie gesagt, dass er nichts vergessen kann, ist ja in der Serie genauso. Dass er quasi diesen inneren Tempel, den er besuchen kann, wo er quasi jede Information abgespeichert hat. Aber da ist es halt deutlich komplexer nochmal dargestellt. Und auch mit Erklärung, Sherlock Holmes ist halt Popcorn-Unterhaltung durch und durch. Der erste Film hatte mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Der zweite Spiel im Schatten mit Moriarty war dann deutlich unterhaltsamer für mich. Aber wenn man das mit der Serie vergleicht, merkt man halt schon, es ist leichte, seichte Unterhaltung. Es ist ein Blockbuster-Kino. Genau, es ist wie Guy Ritchie gewohnt, Action-Kino. Rachel McAdams übrigens auch. Genau, Rachel McAdams als geliebte. Die Frau von Watson? So eine On-Off-Beziehung bei den beiden. Ich habe das echt nicht, ich habe die gar nicht mehr im Kopf, die Filme, obwohl ich beide geguckt habe. Ende im ersten Film, meine ich, kommen die ja zusammen. Und im zweiten Teil reisen ja zusammen im Zug, da ist sie die Frau von Dr. Watson schon. Da geht es ja mit der Hochzeit los, glaube ich. Und Robert Downey Jr. irgendwie, das ist so lustig irgendwie, dass er dann irgendwie sich da einmischen will und bla, bla, bla. Eigentlich liebt niemand Robert Downey Jr., aber eigentlich lieben alle Sherlock Holmes, aber eigentlich lieben alle Sherlock Holmes. Die Filme kann man gucken. Wie gesagt, bei mir sind sie einfach überhaupt nicht präsent geblieben. Liegt vielleicht auch daran, dass ich kein großer Robert Downey Jr. Fan mehr bin, seit er irgendwie nur noch sich selber spielt. Ich finde so Filme wie Zodiac immer noch ganz interessant. Aber mittlerweile ist halt egal, ob du jetzt einen Avengers-Film guckst oder Sherlock Holmes guckst, es ist einfach Robert Downey Jr., der sich selbst spielt. Also wir jetzt auch den Film jetzt auch Iron Man nennen können, von der Spielart her. Iron Holmes. Ja. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, auch wenn Moriarty und Black Button dergleichen vorkommen, bekannte Charaktere aus den Buchvorlagen, sind trotzdem beide Filme von Guy Ritchie nicht basierend auf dem Buch von Sir Arthur Conan Doyle. Sprich, das sind einzelstehende Werke, was auch einen Namen hatte, den ich mal vergessen habe. Oh, weiß ich. Oder was? Für einzelstehende Werke? Ey, das ist ja nicht auf der Buchvorlage basieren. Da habe ich mir gestern auch so ein... Nee, nee, ach, das war so ein Wort mit P. Ich habe mir gestern nachgeguckt, aber habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, das überfordert unsere Zuhörer. Und mich. Vor allem mich. Gut, es basiert nicht direkt auf den Sachen, aber es ist natürlich sehr, sehr stark davon beeinflusst. Ja, natürlich. Mit einer der wichtigsten Geschichten ist ja damals als, wie heißt er wieder, Arthur Conan Doyle? Genau, Arthur Conan Doyle. Der ja seinen eigenen Charakter schon recht früh umbringen wollte, nach zwei Jahren, weil es ihn aufgeregt hat, dass alle nur Sherlock Holmes mochten und sich niemand um seine anderen Bücher gekümmert hat. Hatte ja dann ihn umbringen lassen, indem Moriarty und Sherlock Holmes zusammen in den Tod fallen. Anunterstürzen, ja. Und das ist sehr ähnlich hier in dem Film, nur dass halt, ja, Sherlock Holmes sehr, sehr schnell offensichtlich wieder lebt und nicht gestorben ist. Ein dritter Teil könnte also noch kommen. Es ist angekündigt, es kann wahrscheinlich passieren. Ich weiß es noch nicht und ich weiß auch nicht, ob ich ihn gucken werde. Es ist für mich auf jeden Fall auch kein Film, den ich jetzt im Kino gucken will. Es ist kein, ich wollte gerade sagen, kein Kinogang. War denn der nächste Film für dich ein Kinogang? Nein, weil der Film so unglaublich schlecht in Deutschland vermarktet wurde. Da hat überhaupt niemand mitbekommen, dass er rauskommt, obwohl der einen relativ starken Cast hat. Codename Uncle oder zu Englisch Last, Man Call, wie heißt der jetzt wieder im Original? Man from Uncle? Ach genau, Man from Uncle. Genau. Warum ihn Codename Uncle nennt, keine Ahnung. Basiert ja auf einer alten Fernsehserie. Solo für Uncle. Solo für Uncle. Solo für Uncle oder Man from Uncle im Englischen. Genau. Also man hat es, ich weiß es auch nicht. Ist in den 60er Jahren erschienen, 1960er Jahre. In der Zeit des Kalten Krieges, typischer amerikanischer Spion, typischer russischer Spion und die arbeiten irgendwie zusammen und machen lustige Witze. Ein lustiger Buddy-Film quasi. James Bond auf amerikanisch. Zerstrittene Leute, die eigentlich zusammenarbeiten müssen dann, um das gemeinsame Übel zu bestreiten. In dem Film übrigens Henry Cavill als Napoleon Solo, der der amerikanische Darsteller und Armie Hammer als Ilya Kuryakin, der den russischen Agenten spielt. Kann man vom Namen vermuten können, jetzt wer wer ist. Armie Hammer übrigens, auch bekannt zum Beispiel auf Social Network, wo die beiden Zwillinge gespielt. Genau. Beide. Übrigens auch noch Alicia Vikander, bekannt aus Ex Machina zum Beispiel zuletzt noch. Genau. Ein Gesicht, das man auch erkennen sollte. Oder die Theorie der Unendlichkeit hat sie da auch mitgespielt. Ja, neben hier Eddie Redmayne. Genau, Oscar-Film. Hawking-Film. Guter Cast wieder auch. Zum Beispiel Hugh Grant ist auch in dem Film. Bekannt für Nuttenprellen. Was? Bekannt für Notting Hill. Habe ich auch diesen Sexskandal gehabt? Ich glaube ja, aber der war zu charmant, als er es Leute ihm das böse genommen hat. Codename Uncle ist ein Film, der anscheinend, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber eigentlich sagt jeder das Gleiche. Der Film ist sehr lustig, der Film versteht einfach nur nicht, was er sein will. Weil das Problem ist halt, es ist wieder so ein Ding, hey, da gibt es ein altes Franchise, lass das mal wieder beleben. Und man hat keine Sekunde darüber nachgedacht, dass das Franchise heutzutage nicht funktionieren kann, weil einfach der Kalte Krieg nicht mehr ist. Das heißt, dieses Zusammenarbeiten zwischen, also das Ganze spielt zwar in der Zeit des Kalten Krieges, aber es ist so viel Modernes drin, was eigentlich nicht so richtig Sinn macht. Also es springt immer so in seinem Stilistischen hin und her, hey, wir sind ein lustiger alter Spionfilm, aber wir müssen gleichzeitig ein toller Actionfilm mit Shakey Cam sein. Und das verträgt sich nicht so ganz. Deswegen ist der Film halt so ein bisschen chaotisch anscheinend und hat nicht so einen richtigen Faden, den man irgendwie sagen kann, der Film gefällt mir, weil er springt. Also dir gefällt entweder eine oder die andere Art, wie der Film ist und der verbindet einfach beides, ohne so wirklich, ja, was Konkretes zu schaffen dahinter. Ich meine, der Film war ja auch damals viel präsenter in den 60ern als die, ich meine, die Serie, die war ja zu Höhepunkt des Kalten Krieges quasi. Die war sie erfolgreich auch. Genau, die lief ja auch länger und da war, wie gesagt, das Thema auch deutlich präsenter in den Köpfen der Menschen noch. Der Kalte Krieg, gerade in Deutschland, ist mir klar, dass dieser Film überhaupt keinen Absatzmarkt hat, weil es halt dann, wie gesagt, mehr auf Amis und diese amerikanisch-russische Beziehung ausgelegt. Deswegen, der konnte in Deutschland auch schwer Fuß fassen, auch wenn du ihn, glaube ich, mehr vermarktet hättest. Ich glaube aber trotzdem, also der Film ist bestimmt ganz lustig, ist aber definitiv ein Film, der in Deutschland extrem untergegangen ist, aber weil er auch einfach nicht vermarktet wurde. Ich glaube auch Henry Cavill ist jetzt nicht so, der Publikum ist mal genäht. Leider nein, obwohl er einfach aussieht wie ein aus Marmor gebauter Gott. Der sollte Superman spielen. Der sollte, weiß ich nicht, der könnte einfach ein Superheld im wahren Leben sein. Auch kein so schlechter Schauspieler eigentlich. Der sich übrigens sehr, sehr drüber gefreut hat, dass er, das ist einer der ersten Filme, die er spielt, wo er keine Oben-Ohne-Szene hat. Wo er gesagt hat, er freut sich, dass er sich endlich mal komplett auf seinen Schauspielern konzentrieren kann und nicht darauf, dass er einen perfekten Körper für den ganzen Film braucht. Was ein interessanter Aspekt ist, wo ich auch nicht drüber nachgedacht habe, das ist ja doch recht viel Zeit kostet, sich die ganze Zeit auszuziehen. Ich stelle euch mir dieses Casting vor. Das Lustige ist... Henry Cavill, ziehen Sie erstmal Ihr T-Shirt aus, dann fangen wir an hier. Weißt du, wer genau das selber schon mal gesagt hat? Stephen Amell. Stephen Amell, der übrigens Arrow spielt in der Serie, hat auch gesagt, er will weniger Oben-Ohne-Szenen, weil es einfach unfassbar viel Zeit kostet. Dieses perfekte, also diesen unglaublich stellenden Körper, den der Typ hat, der auch einfach nicht normal ist. Er hat gesagt, es kostet so viel Zeit, dass er keine Zeit mehr für irgendwas anderes hat. Eieiei. Und deswegen will er sich eigentlich nicht ausziehen. Und der hat wohl sehr, sehr oft schon debattiert mit den Writern, wo er gesagt hat, muss ich denn da oben ohne sein in dieser Szene? Kann ich hier ein T-Shirt anhaben? Ja, ich habe gestern noch eine Entwicklung von Chris Pratt auch angeguckt, was seinen Körper durchgemacht hat. Der ist ja auch deutlich trainierter als früher heutzutage. Ja, aber der hat ja auch wirklich eine... das war ja eine Transformation. Postet bei Twitter, nee, bei Instagram aktuell aber noch seine Storys, was er am Set von Guardians of the Galaxy gegessen hat immer und dergleichen. Ist ein... Ein lustiger Typ. Ein lustiger Typ. Also Chris Pratt, wenn der mal mehr macht, ist auch eine Sendung wert. Also er ist halt einfach ein verdammt lustiger Kerl. Sympathischer Typ, ja. Zugay Ritchie nochmal zurück, interessanter Typ auch, hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche übrigens. Jo, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Habe ich gedacht, trotzdem viele Drehbücher verfasst etc. Da wollte ich übrigens nochmal nachgucken. Ich weiß nämlich, dass Quentin Tarantino das auch hat, aber ich meine... Hat er geklaut auch von ihm. Nee, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, hat Quentin Tarantino eine Lese- und Rechtschreibschwäche... Der hat entweder eine Lese-Rechtschreibschwäche oder eine unfassbar schlechte Grammatik. Weil ich weiß, dass Inglourious Bastards nur deswegen so heißt, weil er es wirklich so oft falsch geschrieben hat, dass man es als Witz so gelassen hat. Ernsthaft? Es ist ja beides falsch geschrieben. Das Wort Inglourious und Bastards ist beides falsch. Und das basiert wohl darauf, dass... Ich dachte, das war irgendeine andere Anspielung an das Original oder so. Ich meine, Quentin Tarantino hat so Probleme mit Grammatik. Da muss ich mal recherchieren. Während du das recherchierst, habe ich noch einen letzten spannenden Fakt zu Guy Ritchie. Nicht nur, dass er aus der Schule geflogen ist, er hat auch einen schwarzen Gürtel in Karate. Das erste, was hier rausgekommen ist, Quentin Tarantino has the spelling and grammar of a ten-year-old child. Alles richtig gemacht. Also anscheinend ist da noch was dran. Ja gut, wenn das Internet das sagt, dann muss man wahrscheinlich sagen, man muss als Regisseur anscheinend nicht unbedingt der beste Mensch in der Schule gewesen sein. Wo Guy Ritchie auch eh nicht so lange war. He may be great at making movies, but he's dumb as shit. Just finished reading the script for Django Unchained, which was handwritten, and I swear there was a spelling mistake almost every 20 words. Also er hat, ja. Also es kommt wohl nicht aus dem Nichts. Also man muss auch sagen, dass die Dialoge von Tarantino jetzt nicht so viele Fachwörter und Fremdwörter beinhalten, dass man da... Ja. Aber vielleicht also alle Leute, die jetzt Dyslexie haben oder irgendwelche anderen Probleme, vielleicht macht ihr es trotzdem groß in Hollywood. Deswegen. Benutzt nur häufig das Wort N und F. Irgendein stilistisches Wort braucht ihr, was in euren Filmen immer wieder vorkommt, was Leute auf die Palme bringt. Genau. Vielleicht sucht ihr euch ein anderes Fluchwort aus, weiß ich nicht. Penis. Keine Ahnung. Ich werde jetzt hier nichts sagen. Besser ist es. Nicht, dass unsere kleineren, jüngeren Zuschauer abgeschreckt werden. Die kleineren, jüngeren Zuschauer. Ja. Hast du denn die Upcoming-Projects von Guy Ritchie gerade auf dem Schieren? Es gibt im Endeffekt nur zwei Sachen. Also King Arthur kommt jetzt natürlich raus, haben wir ja schon drüber geredet. Und Sherlock Holmes 3 ist immer noch so halbwegs offen irgendwo in den Sternen, ob das noch passiert. Und auch ein weiterer King Arthur-Film ist ja noch nicht... Da bin ich mir aber nicht sicher, ob Guy Ritchie das macht. Also ich denke, dass das eher wieder so ein Projekt sein wird, wo man guckt, hey, wir gucken, dass man sich immer einen anderen Regisseur holt. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, wie tief der da drin ist oder inwieweit das wirklich nur so eine Auftragsarbeit ist, wo sie einfach jedes Mal einen anderen holen. Jetzt kommt Josh Trank oder sowas. Dann gibt es wieder keinen Arthur-Film mehr. Josh Trank ist übrigens der Regisseur gewesen von Fantastic Four. Von dem an war auch fast keiner mehr, was gehört hat, nachdem er lief. Der sollte eigentlich Star Wars... Ich meine, die dritte Star-Wars-Auskupplung sollte der drehen. Und dann hieß es, tut mir leid, du hast eine Villa verwüstet, einen Rover kaputt gemacht, ne, was, was, irgendeinen Dodge Viper oder sowas kaputt gemacht und dich mit Miles Teller am Set von Fast and Furious und einen der schlechtesten Filme aller Zeiten produziert. Du machst keinen Star Wars. Der hätte dieses Jahr Power Rangers machen können. Der Film ist ja anscheinend auf einem ähnlichen Niveau gewesen. Und keiner spricht mehr davon und die Reihe ist abgeblasen. Ich habe immer noch nicht Chronicle geguckt. Chronicle, ein sehr schöner Film. Auch von Josh Trank. Sehr zu empfehlen. Back to Guy. Das Einzige, was übrigens jetzt noch bei IMDb hier drin steht, ist Aladin, was anscheinend unter ihm passieren soll. Da schrieb ich zuletzt eine News darüber, dass er dafür die Realverfilmung im Gespräch ist, die relativ viele musikalische Stücke des Originals noch beinhalten soll. Sprich, Guy Ritchie wird jetzt zum Disney-Musical-Handarbeiter. Ich hoffe nicht. Wobei, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, er kann ja auch immer so ein bisschen seine eigenen Finger da drin haben. Und so seinen eigenen Stil irgendwie mit einbauen. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich stelle es mir interessant vor. So ein Aladin im Guy Ritchie-Look. Ist doch lustig, dass viele Leute hier wieder in Richtung Disney gehen. Robert Downey Jr. will unbedingt den Pinocchio mitspielen. Es gibt doch aber auch so viele Disney-Filme. Ich meine, der Markt ist jetzt nicht gerade klein. Wenn jetzt noch schön das Bist 2 geplant ist. Ja, es ist halt nur die Frage, ob man dann wirklich mit Disney zusammenarbeitet oder sein eigenes Projekt macht. Weil die Projekte dauern ja auch mal ein bisschen länger. Wollte gerade sagen, Disney ist jetzt auch nicht gerade, als hätten die keine Anforderung, was die finanziellen Einkünfte angeht, die man erwartet. Vor allem sind noch Avengers und Star Wars auch noch offen. Disney wird nicht pleite gehen in den nächsten fünf Jahren, sage ich. Irgendwann werden die das Geld zusammenholen, um Walt Disney zurückzuholen. Antisemiten. Ja, das war's. Haben wir noch spannende Film-News, die wir gerade kurz ansprechen müssen? Film-News? Dachte ich. Bei Aladdin hatte ich nur, da war doch gecastet der Genie. War das nicht, also nicht festgecastet, aber war das nicht in Debatte, dass Will Smith den neuen Genie spielen soll? Das wäre schrecklich. Habe ich das nicht gelesen? Ich habe es nicht geschrieben zum Glück, aber... Irgendwie sowas. Sonst wüsste ich jetzt keine aktuellen Kill... Keine tollen Kino-News, außer dass Dark Tower rauskommt. Genau, darauf wollte ich hin zu sprechen kommen. Dark Tower, die umfangreichste Buchreihe von Stephen King, was das angeht, wird mit Idris Elba jetzt verfilmt. Und Matthew McConaughey. War das die größte? Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. The Stand war vorher das erfolgreichste, aber vielleicht ist das... Die Dark Tower-Reihe auf jeden Fall auch viele Bücher umfassend. Okay, dann lege ich vielleicht vor. Der Trailer sah interessant aus. Ich habe mehr erwartet, aber ich lasse mich gerne da überraschen. Ja, es ist halt auch wieder ein Hirnhaus-Action-Film. Ja, das ist schade, weil... Ich habe jetzt nichts anderes... Also, gut, ich habe nichts erwartet, weil ich wusste nicht, wie dieser Film jetzt kommt. Ist halt auch, war ja jahrelang in Planung, galt ja als unverfilmbar auch lange, die Buchreihe. Deswegen habe ich gedacht, das könnte was schön Komplexeres werden. Der Trailer sieht jetzt halt aus wie so ein Standard-Action-Film, den auch hätte Guy Ritchie machen können. Hat er aber nicht. Den Film macht übrigens Nikolai Arcel, der so Sachen... Ah, der Verblendung. Nee, das war Writer. Der bis jetzt... Königin und der Leibarzt. Die Wahrheit über Männer. Der hat nichts gemacht. Wenn ich richtig liege, meine ich, dass Dark Tower-Reihe auch mal Del Toro als Regisseur im Gespräch bei längerer Zeit. Aber wo war das nicht so? Der hatte mehrere Stephen King-Sachen, die er machen wollte. Ich habe übrigens heute, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir... Da wollte ich eben The Stand suchen, weil mir ist nicht mehr eingefallen, wie das Ding hieß. Das war eine achtteilige Serie. Mit einer der bestbewertetsten Stephen King-Arbeiten. Wo Stephen King übrigens auch direkt mit dran gearbeitet hat. Der war auch selber immer, also öfter am Set auch. Hat ihm wohl dann auch gefallen. Und die war sehr, sehr gut. Das ist eine postapokalyptische Kurzfilm-Reihe, sage ich mal, mit acht Episoden. Und dann dachte ich mir, okay, ich gucke einfach schnell mal durch die Filmografie von Stephen King. Er hat 235 Writing Credits. Krass. Du, es kommt jetzt auch wieder Stephen Kings S raus. Also Stephen King-Stoff wird nicht langweilig fürs Kino. Es befinden sich momentan, 2017 kommen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Filme raus, wo Based on the Novel oder Book by Stephen King drinsteht. Eindruckend, wie viel dieser Mann schreibt. The Mist, Mr. Mercedes, das Spiel, Cabin Rose Up, Der Dunkle Turm, S, My Pretty Pony. Noch mal My Pretty Pony. All that you love will be carried... Was macht dieser Stephen King eigentlich alles? Vielleicht mache ich auch mal einen Stephen King-Film. Ja, anscheinend. Die Rechte kann es ja anscheinend jeder kaufen, oder? Ich weiß nicht, ob du da was brauchst für anscheinend. Wahrscheinlich sind die Sachen schon so alt von dem, dass die alle mittlerweile auch wieder... Der ist doch nicht so alt, der Mann. Der schreibt doch immer, der bringt doch das Gefühl, jede Woche bringt er ein neues Buch raus, der Mann. Stephen King ist jetzt 70. Doch, schon so alt? Ja. Ja, irgendwann hat das ein Ende. Ja. Naja, gut. Was kein Ende hat, ist diese Sendung. Denn... Uh, uh, nächste Woche zurück. Dann kommen wir zum Ende jetzt. Ja, nächste Woche dann mit dem Jubiläum, unsere 32. Sendung. Äh, endlich. Ich habe mich schon seit Ewigkeiten darauf gefreut, meine 32. Sendung. Und wahrscheinlich gibt es nächstes Mal ein kleines Spiel zwischendurch dann noch. Boah. Was wir sogar mit einer Kamera festhalten. Ja, es geht nämlich nächste Woche über den tollen Kinostart von Grease. Äh, Grease Singalong kommt in der kommenden Woche in die deutsche Kino. Was habe ich verpasst? Das ist kein Witz. Ach, schon. Grease bekommt ein Re-Release als Singalong. Ich weiß nicht, was das heißt. Ist das so ein bisschen Mitmachkino wie Rock Your Picture Show? Ja, genau. So, dass jeder aufsteht und Drogen nimmt und mit dem Flugzeug wegfliegt? Äh, mit dem Auto wegfliegt? Okay. Ja. Äh, das kommt erst am Ende des Films. Vorher kann man auch einfach singen. Ach so. Das reicht. Muss nicht Drogen nehmen und mit dem Auto ins Kino fahren. Ähm, ich weiß nicht genau, was Singalong heißt. Ob da einfach Untertitel dazukommen? Oder der Film leiser wird? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gab, es gab ja auf jeden Fall mal von Disney diese Singalongs zu Frozen und sowas. Aber die waren mehr auf YouTube basiert und nicht jetzt im Kino laufen. Das wäre mir doch peinlich. Selbst wenn ich die Lieder kann, würde ich die nicht im Kino singen. Das sind mittlerweile so 60-jährige Hausfrauen oder Rentnerinnen, die den Film vorgeguckt haben, die jetzt da sitzen und singen. Also auf jeden Fall kommt der Film in der kommenden Woche. Außerdem kommt auch Jahrhundertfrauen, ähm, der ganz kurz mal irgendwie, glaube ich, sogar im Oscar-Gespräch war letztes Jahr. Aber wichtig natürlich, nächste Woche startet außerdem auch endlich, da freue ich mich richtig drauf, Ridley Scott's Alien Covenant und damit der offiziell fünfte Alien-Film, der aber natürlich nicht nach Alien spielt, sondern vor Alien, nämlich nach Prometheus. Wir erklären euch das alles nächste Woche. Das ist Chaos. Werden wir nächste Woche auseinanderfielen. Wenn ihr Bock auf T-Shirts und dergleichen habt, ein Gewinnspiel wird auch parallel zu der Sendung laufen. Boah, richtig Bock. Ähm. Freik. Alien, Alien, das ist toll. Ganz, ganz viele Alien-tolle Sachen, die nächste Woche da auf euch zukommen. Ja. Ja. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.